guten morgen liebe urlaubschecker freunde wie versprochen gehe ich noch mal kurz bevor wir sonnenklar tv live sind über unseren kanal live denn ich wollte euch schon live zeigen dass man den weihnachtsfeelings nicht ganz entkommt auch nicht wenn man ans rote meer fährt natürlich ist hier standesgemäß ein riesiger christbaum in der lobby aufgebaut also von daher wer jetzt noch anreist der erlebt auf jeden fall hier weihnachtliche feelings ich nehme euch ein stückchen mit durch die anlage bevor wir im sonnenklar tv live sind um uns schon mal einen ersten eindruck zu geben vielleicht hat der ein oder andere auch keine zeit nachher im fernsehen zu schauen von daher gehe ich einfach mal ein bisschen jetzt durch die anlage damit ihr euch mal ein erstes bild von der anlage machen können wenn ihr sie nicht kennt dafür stelle ich jetzt schon mal die kamera um ähnlich wie beim urlaubschecker ferngesteuert nur dass ich jetzt noch beladen bin mit stativ und rucksack das ist die lobby hier vorne fährt der bus an wo ihr ankommt davon ist die rezeption zum check in hier die lobbybar und natürlich ist für die sonnenklar gäste hier eine meeting point launch wo der reiseleiter sitzt und ansprechpartner ist für probleme für ausflüge zu buchen rückflug informationen all das was mit dem urlaub zu tun hat kriegt ihr hier raus danke ich hatte ihn schon geimpft hier ist also wie gesagt die information und eben auch euer reiseleiter meeting point holt euch ja schon vom flughafen ab und bringt euch zum hotel und hier im hotel wie gesagt habt ihr den vorteil dass meeting point eine eigene lounge hat und den ganzen tag ein ansprechpartner da ist von der lobby aus geht es direkt schon in die pool area und an die aktivitäten area hier finden abends auch die shows statt im moment findet gerade dort statt die daten ein bisschen und ich schlender jetzt einfach mit euch ein bisschen am pool entlang genießt das schöne wetter ich habe heute morgen den wetterbericht gelesen für ägypten der sagt für die jahreszeit zu waren das hören wir hier sehr gerne das beste was uns passieren kann so jetzt hoffe ich nicht dass die gema uns den ton abstellt weil hier irgendwelche bekannten lieder im hintergrund laufen und es kann einer sagen was er will ich finde den club und das royal das sind ja zwei hotels nebeneinander das club als vier sterne haus das royal als fünf sterne haus immer wieder eine schöne anlage ich laufe immer wieder gerne hier durch und erwähne natürlich immer die snacks werden aufgefüllt ich erwähne immer gerne die gärtner die dürfen nicht ungenannt bleiben weil das hier in der wüste zu pflegen zu gießen zu schneiden zu stutzen in form zu bringen das ist ein riesen job ja ich lese gerade ja wir lieben jetzt das club und der liebe uli potowski schaut auch zu mein lieber uli viele grüße die wm die fußball-wm wird dich wahrscheinlich auch das ein oder andere mal dieses jahr sprachlos gemacht haben ich sage nur spanien das war natürlich die burner message obwohl ich ja nicht so der bekennende fußball-fan bin das weiß der uli auch hier haben wir die pool bar und hier riecht es auch schon nach snacks hier gibt es eine kleinigkeit auch zu essen und was ich eben noch sagen wollte weil einige geschrieben haben wir lieben das club jedes hotel hat seine fans jedes hotel hat seine reize jedes hotel hat positives und negatives wer was anderes sagt der lügt so jetzt schicke ich euch mal ein paar aktuelle temperaturen nach deutschland in der hoffnung dass jetzt ein paar herzen über den bildschirm fliegen und der bildschirm sich grün färbt vor night wir haben 26 grad lufttemperatur da habe ich eben im auto ganz gut geschätzt im radio lief dann im internet radio im auto chris rear mit driving home for christmas aber so wirklich christmas feelings kommen da tatsächlich nicht auf wir sind hier am strandrestaurant vom club der durchblick ist ein bisschen getrübt weil das alles mit netzen zugemacht ist damit sich das mit den vögeln ein bisschen in grenzen hält verbotener weise gehe ich trotzdem mal rein also frühstück gibt es hier von sieben bis um zehn lunch von halb eins bis um drei und von sieben bis halb zehn gibt es das abendessen noch ist geschlossen das ist die ruhe vor dem sturm alles wunderschön in blau und weiß gehalten gibt so ein bisschen mediterranes feeling hier und alle sind am wischen hi morning hi nice to meet you again how are you we are live and all the fans from the club are watching us mr moham moment ist wahrscheinlich bekannt bei euch er ist hier seit 2017 ja so lange kommen wir auch schon hierher wie frech enna harra fisch vom grill gibt es heute mittag okay wird schon langsam aufgebaut ist noch nicht fertig morning alles gut ist der osama how are you everything okay say hello to your guest ich glaube dass hier stammgäste dabei sind die hier zuschauen die die leute hier kennen wir haben ebenfalls ach es ist wie das wissen die stammgäste ja das ist immer wie so ein stückchen nach hause kommen und ich weiß nicht wie viel schalten wir hier von der makadi bucht schon gemacht haben vom royal und vom club gerade als das damals von asur geswitcht wurde zu labranda haben wir hier ganz viele schalten gemacht haben hier auch eine woche gewohnt um das auch mal alles zu erleben und vom strand restaurant schaut mal zwei schritte und ihr seid im sand am strand und das ist einer der großen vorteile hier von der anlage also ich finde es auf jeden fall als vorteil dass man hier schön langsam in die badebucht reingehen kann zum schwimmen man muss hier nicht über den steg gehen man kann direkt vom strand aus schön flach abfallend ins wasser gehen und direkt schwimmen so für die die ein bisschen schnorcheln wollen gibt es da hinten da kann man über eine sandzunge laufen vielleicht sieht man das moment ich muss das mal gerade hier mit dem finger zeigen da hinten wo das wo das boot ist kann man auf eine sandzunge vorlaufen und da gibt es eine kleine riffkante wo man auch schnorcheln kann das ist jetzt kein großes hausriff nicht zu viel erwarten das ist aber schon mal zum starten und zum üben wer gerne schnorcheln möchte eine tolle gelegenheit wer mehr möchte dem empfehle ich sowieso kategorisch einen ausflug auf dem boot raus aufs rote meer und die schönen riffe draußen genießen ja manfred die grüße richtig gerne aus ich laufe noch ein bisschen hier über den strand muss aufpassen dass ich die leute nicht so frontal filme der ein oder andere mag das natürlich nicht das verstehe ich auch da drüben ist kinderbetreuung und der kinderspielplatz hier sind die ganzen events heute abend gibt es beduinennacht das heißt einheimisches essen das finde ich immer gut die sollten hier viel mehr einheimisch kochen und viel weniger versuchen europäisch zu kochen wir sind hier in ägypten und ich finde dann kann man auch die ägyptische küche mal probieren und genießen es gibt viele viele leckere sachen hier die man essen kann und das können sie auch die jungs hier in der küche hier drüben ist noch mal ein volleyballfeld und darüber geht es an einen strandabschnitt wo man was einen aufpreis bezahlen muss dafür sind aber auch gewisse getränke mit drin und ein service gibt es ja hier noch die coco loco bar da müssen die getränke bezahlt werden die sind nicht im all inclusive enthalten genau der ist das guten morgen ich mache schon mal ein bisschen werbung weil wir nachher im fernsehen sind das ist jetzt erst mal für facebook für die die vielleicht keine zeit haben oder sich das später anschauen wollen und und sie sind im klub oder im royal und alles ok das höre ich immer am liebsten wir haben immer so nette diskussionen der eine findet es toll der andere findet es blöd es ist danke meine rede jedem tierchen recht getan man muss sich das gute rauspicken und muss auch immer preis leistungsverhältnis sehen das sind so entgebräunte gäste die mehr hier sind als zu hause die eigentlich kein zu hause in deutschland mehr haben live jetzt aber nackig live im fernsehen ich habe den facebook leuten versprochen dass ich ein bisschen live gehe bevor wir im fernsehen sind weil wir sind erst um 12 live und um vier ägyptischer zeit also die die jetzt in deutschland zuhören deutsche zeit elf und drei wir haben eine stunde noch zeit verschiebung und passt alles wie unverschämt braun meine güte für sowas haben wir gar keine zeit hier nicht zu glauben wie lang acht wochen ich sag doch der mann hat kein zu hause ich kriege hier lauter grüne smileys jetzt geschickt die sind alle neidig die hier zuschauen ja wir fliegen am 22 ich bin eine woche bei den kindern beziehungsweise beim sohn und am 29 komme ich zurück so damit man nicht zur poolbar gehen muss gibt es natürlich auch einen getränke ausschank hier am strand und eine saftbar wir sehen uns noch ich bin bis heute nachmittag noch hier viel spaß ja man trifft natürlich auch die sonnenklar fans hier logisch und wenn jemand so viel urlaub machen kann ist das natürlich ein geschenk und ich kann nur jedem sagen wenn ihr das auch könnt dann tut es nichts verschieben auf später nichts verschieben auf später wer kann und will der soll hier nochmal ein bisschen schwenk über die badebucht und da wurde jetzt eben angeregt ich soll doch auch mal die food promenade zeigen der food court der ist im prinzip die trennung zwischen dem labranda royal was da im anschluss kommt und dem labranda club auf dem gelände ich jetzt gerade noch mich befinde natürlich ist hier auch eine schaukel das ist ja mittlerweile ganz hip gerade so für die instagramer das ist die aktionsbühne von der food promenade da ist jede woche ein tag party ein abend da ist dann wirklich da geht der punk ab da machen die tolles programm studieren da wirklich tolle sachen ein geben sich ziemlich mühe und hier geht die food promenade los da ist natürlich tagsüber gar nichts los das ist ja nur abends geöffnet ich kann meine kabel sortieren hier moment sonst wird das nichts so dann haben wir hier das café cairo hier gibt es ein menü mit orientalischem salat und tahina tahina ist so eine sesampaste wo man fleisch und brot gut rein tunken kann schmeckt sehr lecker als hauptgericht steht hier kofta hähnchen orientalische wurst und als nachtisch gibt es eine auswahl von orientalischem gebäck hier kann man auch shisha rauchen das ist doch was für ein vater und wer es nicht weiß wenn man an der food promenade essen möchte auf jeden fall vorher einen tisch reservieren an der rezeption oder bei der gästebetreuung dann haben wir hier nach wie vor noch den griechen astrid und ich haben ja schon von der eröffnung hier von der food promenade berichtet ein paar sachen haben sich seitdem geändert aber im großen und ganzen ist es gleich geblieben dann haben wir hier die chawarma chawarma kann man so ein bisschen vergleichen mit döner also fleisch was so klein geschnippelt wird mit ein bisschen zwiebeln und paprika vermischt wird und dann entweder im fladenbrot oder im sandwichbrot serviert wird essen wir sehr gerne gerade vom hühnchen das chawarma schmeckt immer sehr lecker dann gibt es hier das indische restaurant das gab es entschuldigung das gab es am anfang noch nicht als sie eröffnet haben das ist neu heißt tachmahal schaut aber nicht so aus aber heißt so dann gibt es hier eine sushi bar die gab es in den anfangszeiten auch noch nicht naja jetzt habe ich irgendwas im hals dann gibt es hier die burger bar das burger restaurant war vorher mal so auch mit so einer plane als restaurant gedacht gewesen die sind aber umgezogen jetzt hier machen das mehr so bar technisch mit ein paar high chairs und ein paar stühle und tische drumherum da ist jetzt wie gesagt texas burger und dann haben wir hier das asiatische restaurant red dragon das ist jetzt auch alles eingepackt mit schutzfolien weil im winter ist der wind abends dann schon kühl kann ich auch nur jedem empfehlen für abends ein sweatshirt oder eine jacke mitzunehmen weil es wird dann abends schon kühl dann ist das italienische restaurant auch umgezogen auf die food promenade die sind jetzt hier wer weiß wo das vorher war genau das war vorher in der lobby im unteren teil neben dem restaurant und da ist jetzt ein französisches restaurant war allerdings im royal nicht im club ja da kann man jetzt a la carte italienisch essen pizza und mehr und natürlich gibt es noch die gelateria den eissalon wo man sich leckeres eis holen kann ich war jetzt länger nicht da und es ist jetzt geschlossen ich hoffe dass die die waffeln immer noch selber backen die haben die eiswaffeln immer selber gebacken und das riecht natürlich dann so toll wenn man hier lang geht und von weitem schon die gebacken sind und die waffeln riecht sehr lecker so jetzt muss ich mal schauen was die uhr sagt 11 uhr 31 bei uns bei euch 10 uhr 31 knappe halbe stunde sind wir live und wer lust hat der schaltet sich einfach mal bei sonnenklar mit rein ich kann euch schon mal was verraten das ist ein zwei wochen wellness angebot so nennt sich das in der beschreibung und der startpreis liegt bei 749 euro für zwei wochen labranda club in der markadi bucht ja ich weiß es ist letztendlich dann doch teurer weil der abpreis gilt immer für die günstigste reisezeit vom günstigsten flughafen aus also das muss man schon bedenken und auch genau schauen wie die flugzeiten sind unter umständen sind die flugzeiten nicht so ideal und man verliert eins bis anderthalb tage das ist dann eben der preis den man dafür zahlt wenn man es am günstigsten haben will aber ich sag mal das ist ein abpreis klar wird das teurer wenn man andere flughäfen andere reisezeiten nimmt aber der preis der dann letztendlich zustande kommt der ist immer noch sehr günstig auf jeden fall für das produkt und für die leistungen die drin sind nur mal so zur info ich habe das letzte mal als ich geflogen bin habe ich 600 euro bezahlt hin und zurück nur für flug da habe ich noch nicht gewohnt da habe ich noch nicht gegessen habe ich noch nicht getrunken also das muss man auch mittlerweile wirklich in die waagschale werfen fliegen ist wesentlich teurer geworden es gibt nicht mehr so oft günstige flüge und das muss in so ein paket normalerweise auch reingerechnet werden klar als reiseveranstalter kriege ich spezielle kontingente die sind günstiger aber das hier das ist schon ein hammerpreis so und ich hatte eben das werbeschild gezeigt von der coco loco bar die coco loco bar da können die gäste vom royal hingehen da können aber auch die gäste vom club hingehen das ist die bezahl cocktail bar in dem package was wir heute anbieten über sonnenklar tv bekommen die gäste zum beispiel 20 prozent discount in dieser coco loco bar das ist die coco loco lounge beach club in der makadi bucht und dann geht es auch schon nahtlos weiter mit dem strand vom royal natürlich darf man auch den strand vom royal nutzen aber achtung nicht die getränke da holen also die haben unterschiedliche bänder man muss dann schon wenn man club gas ist zum essen und um die getränke zu holen rüber in den club gehen und ihr seht ja selber das ist ein nahtloser übergang das sind keine großen entfernungen von denen ich hier spreche ja jetzt haben wir hier fast ein urlaubschecker ferngesteuert gemacht aber ich war zeitig hier der manager war gerade mit einer gruppe von fti unterwegs und hatte keine zeit mit dem hatte ich geplant einen kaffee zu trinken deswegen habe ich euch jetzt ein bisschen belustigt und ich hoffe ihr konntet euch da schon mal so ein bisschen den eindruck machen von der anlage ist wirklich eine schöne anlage und für ein vier sterne hotel wirklich wirklich in ordnung ich freue mich jetzt schon auf das mittagessen weil ich habe hier schon ganz oft mittag gegessen im strand restaurant und es hat mir bis jetzt immer sehr gut geschmeckt und ich werde das auch heute wieder testen weil natürlich kriege ich immer so die ein oder andere nachricht wenn ich sowas ankündige ach, um Gottes Willen Essen nicht genießbar einmal Club, nie wieder Club und solche Geschichten und deswegen bin ich immer froh, dass wir ja regelmäßig hier sind und ich regelmäßig mal mich davon überzeugen kann ob das wirklich so schrecklich ist wie manche sagen klar, jeder hat ein anderes Empfinden jeder hat eine andere Erwartungshaltung aber man muss auch immer so ein bisschen den Preis-Leistungs-Verhältnis in die Waagschale werfen und man kann natürlich nicht Mercedes fahren wenn man Fiat bezahlt mein Lieblingsspruch auch hier hat alles seinen Preis und ich kann euch sagen, wir leben ja hier es wird alles im Moment sehr teuer alles Milch und Butter ist mittlerweile hier teurer als in Deutschland Fleisch im Vergleich zu 2013 als wir ausgewandert sind würde ich mal sagen über 40% teurer überhaupt Grundnahrungsmittel worauf die Ägypter ja auch angewiesen sind sind exorbitant teurer geworden und das muss man natürlich auch irgendwann mal auf den Preis umlegen viele denken hier in Ägypten wäre alles gratis und wir kriegen alles hinterher geschmissen das ist nicht so definitiv nicht so ihr Lieben ich mache jetzt hier an dieser Stelle Schluss weil ich suche mir jetzt noch ein Fleckchen aus wo ich die Live-Schalte mache Deutsche Zeit 11 Uhr auf SonnenklarTV wer Lust hat schaltet ein und schaut euch das Package an was es nachher zu buchen gibt ansonsten einen schönen Tag und wir sehen uns